Du bist traurig und enttäuscht. Und das verstehen wir. Ja, gerade sieht alles etwas grau und trist aus, weil du dich fühlst, als wärst du ganz unten. Aber glaube uns, es wird auch wieder aufwärts gehen. Klar, du hast in den letzten Wochen ein Wellenbad durchgemacht. Ein Wellenbad der Gefühle. Und genauso klar ist es auch, dass es in den nächsten Wochen kein leichter Gang wird. Aber schon ganz bald wirst du wieder festen Boden unter den Füßen haben. Und wirst auch wieder das Gute, das Schöne und das Positive sehen können. Denn wer weiß besser als wir, dass man es hier mit harter, ehrlicher Arbeit schaffen kann. Dass man es schaffen kann, seine große Tradition zu wahren und zu leben. Und gleichzeitig Neues und Großes entstehen zu lassen. Wir zeigen es doch immer wieder. Du kannst dir sicher sein. Wir stehen hinter dir. Und nehmen gemeinsam wieder richtig Fahrt auf. Immer das große gemeinsame Ziel im Blick. Denn du weißt, wo du hingehörst. Und auch wenn es wirklich richtig doll wehgetan hat. Trotzdem HSV und wir unterstützen, wir wollen wieder uns auch nicht mehr. Trotzdem hoch dir. Wir sind die Nähe der Geschichte. Und wir haben dann wieder, dass du dich in der Nähe des Geist die Nähe des Geist. Und wir sind wieder Health und den Geist die Nähe des Geist.